Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wenn du dieses Video siehst, warst du vermutlich noch nie auf diesem Kanal oder aber du hast bisher vergessen, den Kanal zu abonnieren. Das kannst du jetzt aber ganz schnell nachholen. Einfach auf Abonnieren klicken und schon verpasst du kein Video mehr. Mein Name ist Gwendoline und hier auf dem Kanal geht es um dein Online-Business. Es geht um dein Business, was du vielleicht online bringen möchtest, was du bisher schon offline geführt hast und jetzt gar nicht weißt, wie man das online eigentlich führen kann. Oder aber, wenn du noch ganz am Anfang stehst, aus deiner Idee eine Vision machen und daraus ein Business aufbauen. Du bekommst hier keine Tipps, wie du in drei Tagen reich wirst. Ich sage dir auch vorweg, es ist richtig viel Arbeit, aber du kannst ortsunabhängig, selbstbestimmt, frei und mit eigenem Gestaltungsspielraum dein Business aufbauen. Und das ist genial. Ich glaube, es geht nirgendwo anders als online und ich selber mache das seit acht Jahren. Es ist total klasse. Ich hoffe, ich kann dich mit meiner Begeisterung anstecken. Ja, und alles weitere Fundierte erfährst du hier auf dem Kanal. Ich freue mich auf die Reise mit dir, dein Business aufzubauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.